Wie war die Berufsfeuerwehr in Storin-Hotel alarmiert mit Verdacht auf Chlorgas-Ausströmung? Als wir an der Einsatzstelle ankamen, war ein Mitarbeiter aus der Technikabteilung, der über Altenwegsreizung klagte. Da wurde in die Klinik verbracht. Wir haben dann festgestellt bei der Lagerkundung, dass hier eine Flüssigkeit ausgetreten ist, die im Zusammenhang mit einem anderen Produkt im Wellnessbereich, also Bad und Sauna, Chlorgas freisetzt. Daraufhin wurde der Gebargutsuch statt Weimarer Land alarmiert. Skakata Säubern Körnungs Körnungs Kaffee Sollte WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR